Musik Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich grüße Sie aus der Heiliggeistkirche in Lage. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. So heißt es beim Propheten Jesaja im 60. Kapitel. In der Hand halte ich das Friedenslicht aus Bethlehem. Im Jahr 1986 entstand dem oberösterreichischen Landesstudio des österreichischen Rundfunks die Idee, die mittlerweile eine Lichtspur durch ganz Europa gezogen hat. Ein Licht aus Bethlehem soll als Botschafter des Friedens durch die Länder reisen und die Geburt Jesu verkünden. Das Licht ist das weihnachtliche Symbol schlechthin. Mit dem Entzünden und Weitergeben des Friedenslichtes erinnern wir uns an die weihnachtliche Botschaft und an unseren Auftrag, den Frieden unter den Menschen zu verwirklichen. Seit 86 wird das Friedenslicht in Bethlehem von einem oberösterreichischen Kind in der Geburtsgrotte Jesu entzündet und mit einem Flugzeug nach Wien gebracht. Dort wird es am dritten Adventswochenende in alle Orte Österreichs und auch in die meisten europäischen Länder gesandt. Insbesondere die Pfadfinder haben sich des Friedenslichtes angenommen und sorgen dafür, dass es in den meisten europäischen Ländern verbreitet wird mit dem Zug. Das Friedenslicht ist kein magisches Zeichen, das den Frieden herbeizaubern kann. Es erinnert uns vielmehr an unsere Pflicht, uns für den Frieden einzusetzen und das Friedenslicht ist ein Zeichen der Hoffnung. Es hat sich in wenigen Jahren von einer kleinen Flamme zu einem Lichtermeer ausgeweitet und leuchtet mit seiner Botschaft Millionen von Menschen. Ähnlich dem olympischen Feuer wird das Licht weitergetragen. Wer seine Kerze daran entzündet, hütet es, damit es nicht erlischt. Viele geben es auch an Nachbarn und Freunde weiter. In Weihnachtszimmern brennt das Licht als Symbol für die Sehnsucht nach Frieden in der Welt. Es segne uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 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 Amen.